Herzlich Willkommen bei Fast Synchron unserem Let's Play zu Super Castlevania Nummer 4 Wir sind immer noch in diesem Leviathan-Deng-Wasser-Piss-Scheiß-Level Grotten-Olm Und sind... Ruinen Genau Und denke, dass ich es diesmal schaffe Aber... Ihr seht selbst Ja, Holzklopfen Da, hast du es gesehen Ja Das hat er nicht erwartet Kann man auch da oben vielleicht? Einfach lang? Na, wenn ich jetzt hier Und dann genau... Okay, ich lasse es Den kann ich ja schon mal töten Das war sehr schlau Ach, da bin ich ja eben geschoben Ja Ich erinnere mich an meine... Scheiterung Ja, meine... Deine Niederlage Oh, Versagen ist auch ein gutes Wort Ja, ne? Mhm Es ist auch so... Scheitern wollte ich eigentlich sagen Oh, ja Scheitern ist auch gut Ja Aber das erste, was halt... Wirklich, wenn ich an dich denke Dann versagen, ja... Das passt dann besser Ja, ne? Ja Das ist so... Mein Bild Neben dem Exig von Nice Ja Oh, ich muss da jetzt echt aufpassen, ne? Ja Alter... Alter... Jetzt kannst du einfach vorbei an ihm Ah, ich weiß nicht Ich glaube nicht Du, wenn ich nachher auf der Treppe bin Und dann ist dein Kopf doch zu weit oben, ne? Das Risiko will ich nicht eingehen Oh, hast du gesehen, wie viele große Herzen? Das waren nur große Herzen Ja Oh, ey Ist das... Euer Kackernst? Was soll ich das denn tötet? Boah Puh Demnig Ey Ausrastmodus hier Ist ja irgendwie noch ein Kackvogel oder so Bestimmt Kommt du schon gleich Wir haben doch nicht mal eine Zweitwaffe, ey Die Spannung steigt ins Unermessliche Ach, komm jetzt Jetzt kommen wir nicht mit so einer Scheiße Okay Oh, bitte Ja Ne, ist klar Ein zweiköpfiger Wasser drauf, ja Was hast du denn erwartet? Oh, ne Zweitwaffe vor allem Oh Oh, die Fallschicht ist zu kurz Das höre ich öfter Das war knapp Nein Oh Gott Ich dachte, das wäre es gewesen Das war halt knapp Das höre ich auch öfter Der ist heftig, der ist heftig Aber gut, dass man hier unten Das ist so mies, ne Du musst ja echt Oben Wenn du das Ding oben zerstörst Kommt da ein Alles töten Die Flammen Das Flammding Das Flammen Die Kerze Rechts die Kerze Ach, die Kerze? Genau Dann kommt so ein Alles kaputtmacher Ja, aber das ist das Miese Du musst den Level echt gut schaffen Damit du am Ende noch genügend Helft für diesen Boss hast Naja, wir haben ja eh keine Zweitwaffe, das ist die Scheiße Das ist alles finsterlich Ja Ein Stück weiter weg solltest du schon, ja Oh, Martin, du schaff das jetzt bitte Ich ertrage diesen Level nicht mehr Nee Ich glaub dir dann auch nicht mehr Ja Zuschauerbindung ist im Keller Ey Ey Oh Ja, das soll man sagen So Ja, eigentlich Nee, eigentlich macht man das ja nicht Wieso? Eigentlich ist das Das können wir ja einfach rausschneiden Und dann so tun, dass wir meinen Nichts gut Und dann sagt das Dann sagt das doch nicht mitten in der bewegten Aufnahme So Wie dem auch sei So Nee, aber ich hab's jetzt Ähm Emorin Ja, meinst du? Ja Was machst du jetzt? Machst du jetzt hier Shenlong fertig Ja, scheiße Den will ich jetzt sehen Äh Schaust du das da links drauf? Vielleicht Von Von diesem Ding Wenn ich so richtig Aushol Okay, man kann gar nicht so richtig ausholen Nee Ah Ja Scheiße Ja, vielleicht ist das Ding jetzt wieder da Weißt du? Ja Ja Okay Ich will jetzt nicht drauf Oh 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 Scheiße Oh Hatte ich gerade Furcht Aber jetzt Äh Haben wir eine Axt So So Rüber hier Es ist mich gerade Erfüllung Es ist mich gerade angegähnt War gerade zu spart Äh So ich sagte diesmal diesmal mache ich das ja und die motivation die notwendige ja weil wir es ganz ehrlich dieser spruch ist so scheiße das ist das ist warum gewinnst du denn nicht einfach im lotto warum läufst du nicht 60 meter in fünf sekunden das kannst du beeinflussen trotzdem kannst du es nicht ich habe es nicht getan weil sich in meiner fähigkeit stand es ist aber auch mies wie hier nicht zu heilen kommt ich speichere jetzt einfach ist mir egal meinst du dass ich gleich hier noch weiter unten geht doch gar nicht du hast aber unten gesagt weiter vorne barm tot naja ich habe jetzt erstmal ein paar äxte dich verbraten kann äxte folie du bist eigentlich dran ja warum tötest du ihn nicht einfach ich glaube ich glaube dieses rumgeschlacke ist nicht so gut bei ihm ja ich auch der meinung zr alter ja leute eigentlich machen wir sowas ja nicht aber ich denke aus entertainment faktor ist es klüger wenn wir doch mal ein speicherstand laden damit ihr nicht fünf parts denselben kampf sehen muss außer ihr wollt das natürlich dann schreibt es aber bitte in die kommentare dass wir das letzt play für euch anpassen können ja dann hör doch auf damit das hast du doch schon davor gewerkt dass er scheiße war ja komm du hast noch zwölf äxte dann kriegst du ihn tot ich werde jetzt einfach weg äxten von hier hinten ja hör aus da guck schon fast gewonnen sieht nicht so spannend aus aber ist es auch nicht ja nicht getroffen absicht ja 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 geil oh ey oh du bist dran so genau so hört es schneiden Du hast die Nachbearbeitung ja nicht. So, wir sind jetzt... Oh, guck mal, das Spiel ist super krass. Wir werden ja 4 sind in Stage 4 und es ist gerade unser Let's Play Part 4. Alter, das ist ja... Guck mal, wie der dich anguckt. Das ist gruselig. Ja. Er wusste es kurz nicht, ne? Oben oder unten? Nee. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, cool, wenn wir die Axt behalten, lieber zu... Continue. Das, äh... Damals hat niemand gerechnet, glaube ich. Ja, wie einfach der Boden und der dir, äh... Weg bricht. Ja. So. Was? Oh, das hat mich gerade ganz kurz aus der Bahn geworfen. Ja, du... Jetzt hätte ich ihn fast beleidigt, ne? Ich weiß es nicht. Oh, komm! Wie bist du denn da vorbeigekommen? Können. Sind voll. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hast du das gesehen? Da war ich. Ich hab gesehen, dass du schon wieder... Oh, oh! Nooo! Okay, jetzt muss ich mich konzentrieren. Ich war auch schon konzentriert? Nein. Okay. Wie mies das manchmal ist, ne? Ja, aber vom Drachen war es noch miesesten noch. Ja. Wo alle 5,6 großen Helden einfach mit nach Grund fallen. Boah! Ey, hier musst du bei den Wänden echt aufpassen, da kommen wir mit diese Alienviecher raus, ey. Pfff! Guck mal, wie kack geht der aus wie... Pfff! Guck mal, wie kack geht der aus wie... Pfff! Was hätte ich denn tun sollen? Hm. Pfff! Pfff! Du und dein Schlackerangriff, ne? Naja. Ja, sobald du springst und dann drauf landest. Hä? Ja, aber wie soll man denn da... Das ist... Ich versteh's nicht, ey. Ohne kack. Naja. Ich mein, du kannst ja nicht anders als da rauf zu springen. Jaja. Sean Connery. Ha! 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 So! Alle, alle... Ich hab schon, äh... Mich am Papp gesehen. Ich hab einfach hier springt total drauf gehackt auf die Taste, wie so ein Berserker. Komm ich da hoch? Jo! Ah, ich will gar nicht wissen. Wir wissen, was da unten ist, ganz ehrlich. Ja. Boah. Bei diesem grünen Dinger musst du echt schnell sein. Gesundheit. Dankeschön. Oh! Oh, das sieht nach Bosskampf aus. Wen haben wir? Wen haben wir? Äh, aber so ähnlich. Oh Gott. Oh Gott. Ist das seine Scheiße ernst? Oh, ich... Sind das Teile seiner Zunge, die da von oben runter kommt? Nee. Ich glaub so verrückt ist das jetzt nicht. Das sieht aus wie... Oh, ey. Oh, ey. Ey, guck doch mal. Ey, jedes Mal, wenn ich ihn treffe, kommt dieser Scheiß von oben und ich kann der nicht ausweichen. Also ich nicht. Also man schon. Oh, nein, nein, nein. Oh, einer noch. Oh. 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 Das war aber richtig knapp. Und das war nicht mal der Boss, Boss, Boss. Nee, wir sind jetzt hier rechts oben steht ja, wir sind in einem Block, äh, 4, 2. Das wird nur ein Boss von Block, 4, 1. Äh. 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 Ja. Okay. Zur Kenntnis genommen. Was ist hier los? Woah. Was ist das hier in Session? Ja. Und, und, und. Jetzt noch links oder was? Woah. Na. Ich werd verrückt. Das war... Ey. Oh, Gott. Dieses Spiel macht mich verrückt. Du einfach so, hm. Die Peitsche ist doch so erbärmlich, wenn die noch nicht groß ist. Ah. Ja. Oh, Gott. Ey, das ist so verrückt. Das kannst du gar nicht... Das ist jetzt das letzte Leben, ne? Ja? Ja. Ist es das? Ja. Ja. Meinst du? Das ist voll schlimm. Sieht so schrecklich aus. Ja. Ja. Ich dachte, äh, man könnte da schon rauf, weißt du? Bevor diese Medusen da rumflügen, fliegen. Ich frag mich jetzt gerade, ob man da denn überhaupt aufkommt. Ja. Ja. Aber... Oder muss man jetzt ein paar Medusen töten und dann sich nochmal dranhängen, dass er sich weiterdreht? Das... das könntest du auch haben. Schwierig. Tja. Falls wir das jetzt nicht bis zum Ende des Videos schaffen, schreibt uns das bitte in die Kommentare. Damit wir mehr vom Spiel sehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ja. Ist denn da los? Wer hat da nicht ganz schlau aus? Aber das kann wirklich sein, ne? Dass es sich dann einfach nochmal dreht? Achso, ja. Ranhängen. Ja, weil da links geht es ja auch eigentlich nirgendwohin, ne? Ne. Aber ich würde sagen, wenn man sich dann nochmal dranhängt und sich dann nochmal dreht, dann muss man sich da einfach runterfallen lassen können und dann einfach umgekehrt das Level nochmal weiter machen. So crazy. Ah. Es kam mir grad vor, wie so eine Sisyphus-Arbeit, aber... Jetzt will ich solche Spiele entwickeln, ne? Ja. Das weiß. Bis zurück. Und jetzt? Ich muss da runter. Da rechts. Ja, du bist warm. Oder? Jetzt musst du da runter. Ja. Würde ich? Nichts sagen. Das klingt logisch. Ja komm, das war... Oder? Nee, komm, fick dich. Fick dich. Fick dich. Du liebst. Ja. Mother, I love forever. Was machst du denn da? Was machst du denn, Fick, sag doch einfach. Halt mich fressen. Halt mich fest. 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 ja das wird lustig das war schon immer eine gute idee in jeder lebenslage stand auf seinem grab steig siehst du musst hier gar keine action machen gemächlich an die sache rangehen vielleicht auch einfach warten vielleicht dreht sich da gleich weiter weil das schaffst du nie leben jetzt muss ich aber langsam das ist aber auch mies ganz ehrlich das hätten wir auch einem sagen können bitte wartet gott also ganz ehrlich das muss jetzt gespeichert werden und das ist auch der perfekte zeitpunkt um mit diesem kack level kackraum und alles kacke also wenn euch das video gefallen hat like kommentar und ein abo das sind alles die dinge über die wir uns freuen und genau wir gehen das jetzt noch mal schnell waschen und dann sehen wir uns in part 5